Das WDR Kriminalhörspiel bei Goldman Primo Walder-Lenz-Aufzüge-Fahrtreppen-Körner am Apparat Massenkörner, Sie? Was machen Sie denn in der Werkstatt? Warum sind Sie nicht auf der Baustelle? Was ich hier mache, Chef? Ich schleife mir ein paar Meter Führungsschienen zurecht. Bei der ersten Probefahrt heute früh hat es unten ein bisschen gekracht. Was? Schaden am Fahrgarten? Nein, nein, nur ein bisschen an den Führungsschienen. Ah, okay, okay. Warum ich einen von euch so Händeringen suche? Furchtbar heilige Sache. Anrufe eben vom Krematorium Dornrath. Bei denen ist der Lastenaufzug kaputt gegangen. Das kleine Ding da, das wir vor Jahren mal gebaut haben. Von der Trauerhalle runter zum Verbrennungshof. Kurzschluss irgendwo. Ja, und jetzt stoppt der ganze Betrieb bei denen. Fünf Trauerfeiern liegen doch an. Soll das ein Witz sein? Nein, über sowas mache ich keine Witze. Also bitte, sofort alles stehen und liegen lassen und hin. Ja, ja, ich schicke eine Nachricht zu Paspercik und Schulz rüber. Dann können die hinfahren. Nein, 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 Sie fahren bitte schön selber hin. Sie haben den kürzesten Weg. Ich sag gleich um die Ecke. Ja, gut, gut, ich brauche es. Haftentschädigung für Harry. Hörspiel von Key. Das ist ein Schissabwaschleben. Jeden nicht. Jeden Zweiten. Ja, und du sitzt dabei und liest die Zweite. Wenn du die Sachen nicht abgetrocknet hast, kann ich sie nicht wegräumen. Abtrocknen, ja, abtrocknen auch noch. Dann kaufe ich uns doch endlich eine Geschirrspülmaschine. Geschirrspülmaschine? Wovon denn? Soll ich vielleicht eine Bank ausrauben? Meine Türen? Aber bitte nicht den, den ich mal gearbeitet habe. Waren so nette Kollegen. Oh Mann! Ich werde noch wahnsinnig. Seit wir dieses Jahr schreien. Oh, schei nicht so, die Kinder werden wach. Ach, Kinder, die Kinder, immer nur die Kinder. Besser, die werden jetzt wach, als wenn sie wieder nachts um drei wach werden. Keine Nacht kann man mehr durchschlafen. Morgen wieder Überstunden machen. Ja, dann machst du mal eben keine. Ja. Und wie soll man dann die Zinsen hier bezahlen? Kannst du mir das mal verraten? Ja? Ach, was denn das für eine Irre? Ja, nun geh doch mal. Ja. Komm ja schon. Wer ist denn da? Ich bin's, Harika Spercik. Was bist du denn hier? Diese Zeit. Sie müssen mir helfen, Herr Korn. Schnell, die Polizei ist hinter mir hier. Die Polizei? Was denn nun schon wieder? Na, hast du ja vor einen umgelegt? Nein. Aber ich brauch ein Alibi von Ihnen. Kann ich nicht mal schnell reinkommen? Reinkommen? Jetzt? Ja, jetzt werden Sie bei uns zu Hause nach mir suchen. Dann hier. Ich muss das auch vorher mit Ihnen besprochen haben. Sie haben doch Vater versprochen, dass ich Sie jederzeit... Ja, meinetwegen. Meinetwegen. Komm rein, aber nur ein paar Minuten. Was ist denn, wie ist denn gewacht geworden? Das ist vielleicht eine Frage. Kann die Mami aufkommen? Nein, ich will das Trinken. Jetzt schlafen die wieder nicht. Ja, ich komme. Tut mir leid, aber... Gut. Wenn Sie mir nicht helfen, dann... Ja, dann komm hier in die Küche. Sind das noch nie aufgewalt. Dann setz dich. Okay. Brauchen Sie auch eine? Ja, aber... ...wollen wir mal nachregnen. Na, was ist denn noch? Wir sind wieder hinter mir her. Mein Kumpel hat eben angerufen. So, und warum diesmal? Ach, wegen nichts. Wegen nichts wärst du ja nicht hier. Also, was ist noch? Na, nur weil ich mir gestern Abend ein Auto ausgebaut hab. Ach so. Autodiebstahl, hm? Dasselbe wie vorher gestern. Nein, ich hätt's ja garantiert wieder dahingestellt, wo ich's hier hatte. Aber ich musste noch ganz dringend in die Stadt und mein Moped ist noch kaputt. Ja, dein Vater hat auch ein Auto, oder? Ja, aber nur noch den Firmenwagen und da darf doch kein Fremder mehr mitfahren. Habt ihr doch mal unterschreiben müssen. Ja, weil der Chef im Augenblick einen unheimlich harten Kurs steuert. Ich hab schon hinterm Lenkrad gesessen, da hat Vater mich wieder rausgerissen. Die Angst, dass sie ihn rausschmeißen, wenn's einer von der Firma merkt. Und mit dem Bus? War dir wohl nicht vornehmen genug, weißt? Der letzte war doch gerade weg. Scheiße. Was soll ich denn machen? Ruft mein Kumpel an, dass Tanja mit nem anderen Typen in der Disco sitzt und sich von dem unheimlich anmachen lässt. Wenn du nicht bald hier aufkreuzt, dann bist du die los. Was soll ich denn da machen ohne Tanja? Da läuft doch bei mir überhaupt nichts mehr. Könnt ja gleich einen Sarg für mich bestellen. Noch einen Jugendselbstmord mehr. Mhm. Und paar Anhalter? Weil kein Schwein mehr unterwegs, der angehalten hätte. Eine Taxe kriegst du auf dem Dorf doch sowieso nicht. Ja, und da hast du also einfach einen Wagen geklaut, ne? Ne andere Möglichkeit gab's doch nicht mehr, oder? Und dann in Dornrad plötzlich Mausefalle. Ich raus und ab, wär ja auch gut gegangen, aber ein früherer Mathelehrer von mir kam gerade mit dem Hund die Straße lang. Ja, und der will mich erkannt haben. Aber wenn ich jetzt ein Alibi von Ihnen kriege, dann steht Aussage gegen Aussage und ich bin raus aus dem Schneier. Ein Alibi? Von mir? Ja, vorgestern Abend. Um neun war ich doch bei Ihnen, die ausgeborgte Bohrmaschine zurückbringen. Ja, aber du bist doch gleich wieder gegangen. Nein, bin ich eben nicht. Bis halb elf war ich hier, zwei Partien Schach haben wir gespielt. Wir sind doch alte Schachpartner, oder? Und wenn dieses Arschloch von Mathelehrer mich kurz vor zehn in Dornrad gesehen haben will, dann spinnt er eben. Ist doch logisch, oder? Aber zwischendurch warst du doch wieder zu Hause, das geht doch gar nicht. Du hast doch den Streit mit deinem Vater gehabt, wegen dem Auto. Ja, sicher, aber dann war ich noch mal bei Ihnen und wollte Ihren Wagen haben. Ja, und da haben Sie mir das mit der Tanja ausgeredet. Die ist deiner nicht wert, so eine wie die, so was findest du jeden Tag wieder. Lass sie doch um Gottes Willen laufen. So war's doch nicht. Ja, und dann haben wir hier ein Bier getrunken und Schach gespielt. Ari, ich kann doch die Kripo nicht anlügen. Wenn die kommt, dann mach ich mich doch selber strafen. Aber wir sollen das merken. So was merkt immer einer. Bitte, Herr Körner, Sie sind doch schon so lange mit Vater befreundet. Mit uns allen. Sie müssen mir helfen. Nichts, gar nichts muss ich. Doch, wenn Sie mich jetzt hängen lassen, dann komme ich mindestens anderthalb Jahre in den Knast. Ich habe doch noch Bewährung. Tja, was hättest du dir eben eher überlegen sollen? Dann hätte ich doch die Tanja verloren und alles. Das ist doch kein schlimmes Verbrechen, was ich da gemacht habe. Das ist doch eine Bagatelle. Dafür können die mich da nicht so lange einsperren. Da geht's doch dann steil bergab mit mir, Mensch. Das hängt mir doch ewig an. Tut mir leid, Harry, aber das ist... Das sind Sie schon. Kann ich über die Terrasse gehen? Ja, so! Hier, Mann! Das ist doch so wirklich besser so. Lassen Sie nicht los! Karin! Karin, komm doch mal runter. Lassen Sie mal die Polizei rein. Sie, schreien Sie! Die Pullen werden mich nicht noch mal eintragen. Mensch, ein Skintari, sei doch vernünftig! Lieg mal die Augen an. Da kommen wir ja gerade im richtigen Augenblick. Wir haben sie ihn. Bevor er mit mir fertig werden will, muss er aber noch ein bisschen wachsen, ne? Peter, wirfst mir mal eine neue Seilklemme runter! Kasperczyk! Aufwachen! Soll ich meinen Sohn wieder im Knast das ganze Peter, Herr Sperczyk vergessen? Quatsch! Kann er jeder mal einen schlechten Tag haben. Hm? Ich habe aber keine Lust, wieder hochzuklettern. Nur weil der schläft. Ja, du hast es gerade nötig. Die Wiedereinschaltsperre hast du immer noch nicht angesehen. Da war auch irgendwas nicht in Ordnung, oder? Ja, ich denke, wir sehen jetzt mal nach, warum der Geschwindigkeitsbegrenze nicht funktioniert hat. Ja, ja. Rudi Schulz und Denk. Ah! Ja, 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 Mann, nun spiel dich doch bloß nicht wieder auf hier als der große Chef. Ja, wer schmeißt denn hier den Laden, ne? Was haben wir ja vorhin gesehen bei der Progefahrt, wie du den Geschwindigkeitsbegrenzer eingestellt hattest. Nur der freie Fall ist schöner. Ich habe mich schon auf dem Friedhof gesehen. Du siehst dich ja nur noch auf dem Friedhof. Verdammt nochmal, wir hatten jetzt schon wieder meinen Schraubenschlüssel. Kasperczyk hat ihn vorhin mit aufgenommen. In den Triebverkraum. Peter! Seidigklammer und Schraubenschlüssel, aber naligalli! Wunder, nirgern, ist die Fenster alleine! Ich quäle mich hier mit der Tür ins Tor rum, weil die Schalterzüge uns zeigt nicht schlimm und ihr seid so gekriegt, weil wir so ein Schachzug lindern! Meine Fresse, ist das wieder eine Stimmung heute. Und seit ich Fahrstühle montiere, wird es jedes Jahr schlimmer. Du bist, man jagt sich eine Kugel durch den Kopf. Was ist doch ein derart beschissenes Betriebsdremer hier? Mann, hol doch nicht gleich wieder. Nimm einen Schluck aus dem Flachmann und guck gleich mal nach, ob die Gegengewichtsaufhängung vorhin auch was abbekommen hat. Und die Wiedereinschaltsperre nicht vergessen. Ihr sollt bald mal nach oben kommen, Baulo! Wir schätzen dir was mit uns besprechen. Auf das so ein Tag, so wunderschön, Was soll ich machen? Die Lage ist ernst und meine Auftragsbücher sind leer. Und diese Sache da in Köln? Ach, den Auftrag, den kriegen wir auf gar keinen Fall. Und warum? Weil die Konkurrenz die Auftraggeber hier nach Dornrath ins neue Radhaus eingeladen hatte. Und dann alle rein in den Aufzug, den wir gebaut haben und dann stecken geblieben. Wir wollten doch einen extra Überlastungsschutz einbauen. Da waren Sie doch dagegen. Sparen, sparen, nochmal sparen. Ja, das ist ja nur auch egal. Tatsache ist, dass im Augenblick niemand mehr Geschäftshochhäuser baut. Und bei den Fabrikanlagen, da werden durchweg Flachbauten errichtet. Es tut mir leid, ich kann es ja auch nicht ändern. Und wenn die Firma Walter Lenz Aufzüge und Fahrtreppen nicht aus dem Handelsregister verschwinden soll, dann muss ich möglichst schnell abspecken. Wir sind also alle entlassen. Ja, alle nicht, aber... Ich kann euch einfach nicht mehr alle bezahlen. Das können Sie doch nicht machen, Herr Lenz. Also, ich habe das Haus neu gebaut. Kasper Csiks haben es in den vier anderen. Gerade ihr fünftes Kind bekommen. Und über 40 sind wir auch schon alle. Wo sollen wir denn was Neues herkriegen? Ich bin schon 53. Aber Ihr Vater, Herr Lenz, Ihr Vater hat mir doch versprochen, dass ich bei Ihnen bleiben kann, bis ich Rente kriege. Ja, das hat er. Aber wenn ich alles einlösen wollte, was der den Leuten mal versprochen hat, dann... Und... Und wenn Sie uns allen etwas weniger in die Lohntüte tun würden? Das ist doch auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Dies ist nun mal der letzte Neubau für lange Zeit und dann für die laufenden Wartungsverträge. Da brauche ich nur noch einen Monteur, höchstens zwei... Wer... Wer von uns dreien soll denn jetzt... Ja, das lassen wir heute noch mal offen. Ich würde sagen, jeder von Euch hört sich mal um, ob sich vielleicht woanders noch was findet. Und Freitag sprechen wir uns dann wieder. Und Freitag sprechen wir uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Ja, Kasperci? Hallo, Erika. Ich bin's, Peter. Grüß dich, wie geht's? Nein, das hörst du ja. Das leinst du Ehrenhaus wieder mal. Pär, Stefan, ab in den Garten. Was? An deinen Turnschulen ist die Sohle ab. Du, ich hab kein Geld. Wir müssen sparen. Hallo, Erika. Ich hab nicht so viel Münzen. Ja, du sag mal, was gibt's denn? Warum nicht in der Woche an? Kannst du Freiburgabend nicht kommen? Du wirst wohl eher kommen, als ihr lieb ist. Wieso denn das? Lenz will einen von uns entlassen. Mensch, wenn du auch noch hier zu Hause rumsitzt, dann hätte ich mich lieber vorher auf. Oder ihr könnt mich gleich alle in die Klapsmühle bringen. Du, das hält doch kein Mensch mehr aus. Erika, bitte. Hör auf mit deinem ewigen Erika, bitte. Wer wollte denn das fünfte Kind noch haben? Du doch. Groß rumgetönt. Von dem Geld, das ich verdiene, da könnte eine zehnköpfige Familie von leben. Und jetzt? Stempeln gehen wirst du also. Erika, bitte. Ach du. Du, ich hab jetzt kein Kleingeld mehr. Ich ruf gleich noch mal an. Was? Wenn wir in der Pension drüben sind. Ja. Wie hat es jetzt aufgenommen? Wenn es mich trifft, ist alles aus. Ich lokt ja jetzt schon dauernd am Psychiater rum, seit das mit Harry passiert ist. Ja, da konnte ich da aber nichts anderes machen. Die Polizei war ja schon da. Du, ich geb dir ja auch gar keine Schuld dran. Schuld ist Harry selber. Aber das verkraftet die Erika garantiert nicht mehr. Der Älteste im Knast und jetzt noch der Mann ohne Arme. Reines Wohnens sieht es besser aus. Wenn ich stütze, kriege ich es in unser Haus im Arsch, da kann ich doch die irren Zinsen, die ganzen Tilgungsraten, kann ich da alles nicht mehr bezahlen. Für was haben wir eigentlich die letzten zehn Jahre krumm gelegen? Doch bloß für dieses Haus. Und wenn du uns das jetzt wegnimmst, ist so, als würdest du dem Baum die Erde wegnehmen. Aber einen von uns beiden wird es treffen. Denn Rudi, der steht ja bei uns in der Firma unter Denkmalschutz. Er hat aber auch was auf dem Kasten. Das musst du neidlos anerkennen. Was der kann, kann ich schon lange. Ja, ja, komm doch wirklich nicht auf. Jetzt gehen wir erst mal aufs Zimmer, trinken Bier. Jetzt sind wir ja schon mal. Also, hinein ins Dornrather Landhaus. Mann, wie ich diese Pensionen alle hasse. Land, ist hier doch keins mehr zu sehen. Und im Haus ist dieser stinkige Kasten, weiß Gott doch auch nicht. Hast aber auch ne Laune heute. Frau Wirtin, unseren Schlüssel bitte. Die ist doch mal wieder nicht da. Nehmen wir ihn eben selbst vom Brett. Mensch, ich wollte hier von unten aus nochmal zu Hause anrufen. Das kannst du aber später nochmal. So, bitte einzukreten in den gelben Fallon. Hä? Stinkt das hier nach Schnaps? Ja, Rudi Schulz, Deutschlands größte Kornkammer, hat sich mal wieder zugeschüttet. Na, wo liegt er denn? Hier ist er nicht mehr. Aber ein kleines Brieflein hat er uns auf den Nachttisch gelegt. Da wird wieder die Kneipe draufstehen, wo wir ihn nachher abholen sollen. Nee. Was ist denn? Liebe Kollegen, ich bin zum Bahndamm gegangen und werde nicht mehr wiederkommen. Ich kann einfach nicht mehr. Es gibt nur noch eine Lösung für mich. Ich hoffe, ihr behaltet mich in guter Erinnerung. Euer Rudi Schulz. Das heißt, dass er... Dass er selbst mal... Ja. Ja, aber was sonst? Hat er schon öfter erzählt, dass er sich vor den Zug werfen will. Stell! Ja, was stehst du denn da noch rum? Wir müssen 110 anrufen und dann selber zum Bahndamm runter. Der nächste Intercity kommt um 16.31 Uhr vorbei, das schaffen wir noch. Halt! Hier geblieben. Bist du verrückt? Wir müssen eben... Nichts müssen wir. Nur den Brief verschwinden lassen. Das müssen wir. Und das ist hiermit auch geschehen. Den spüle ich nachher runter. Nur über meine Leiche. Lass mich raus hier. In der nächsten Stunde kommst du hier nicht raus. Dann schlage ich krach. Riech dich vorher zusammen. Wir können den Rudi doch nicht so einfach... Doch, können wir. Weißt du doch. Reisende soll man nicht aufhalten. Das ist doch das Beste für den. Das ist doch nur noch ein menschliches Wrack. Leber zerfressen. Pumpe im Eimer. Ich will nicht, dass der sich dafür in Zug wirft. Lass mich jetzt endlich gehen. Nicht vor heute Abend. Begreifst du denn nicht, dass das unsere große Chance ist, du Idiot? Jetzt braucht Lenz nicht mehr lange zu überlegen, wenn er entlassen soll. Aber nicht um diesen Preis. Du, das ist unterlassene Hilfeleistung. Das ist strafbar. Du, das ist ja so gut wie ein Mord. Quatsch! Das ist die reine Vernunft. Klar am Kopf behalten. Du kannst mich hier nicht festhalten. Das kann ich wohl. Du bist wirklich das größte Schwein, was ich kenne. Na und? Besser als der größte Vollidiot, den es gibt. Ich komm schon noch raus. Wenn du denkst, du bist der Stärkere hier, dann... Du halber Arno, pass bloß auf, du! Jetzt ist der Tafel gerade auf 160 geklettert. Na, schon ein bisschen Angst? So eine E-Lock ist ja doch was anderes als ein Mercedes auf der Autobahn. Schon die gewaltige Masse im Rücken. Wenn das mal kracht... Wenn jetzt auf unserem Gleis ein anderer Zug auftauchen sollte, da hilft nur eins. Notbremsung einleiten und dann abspringen. Ich hab letzte Unterrichtsstunde ein Bild von der 111 gesehen, die August 81 in Wales in Österreich gegen eine andere Lok gedonnert ist. Alles platt vorne. Ja, ich weiß, das war die vom Donaukurier. Der Kollege damals hat noch rechtzeitig abspringen können. Jetzt fahren wir genau in die untergehende Sonne rein. Harlig. 180. Schneller dürfen wir ja nicht. Das da ist der Schnellauscheifer. Ein Druck, so. Und schon rauscht die Lok im Leerlauf dahin. Früher, als ich auf der E90 gefahren bin, da hatten wir noch einen Riesenschaltrad zum Einstellen der einzelnen Fahrstufen. Das hat ganz schön gerontiert, das war. Aber heute mit unserem Tourist-übersteuernden Schaltwerk, oh, da geht's wie geschmiert. Also damals da... Aufpassen, da läuft einer auf den Schienenland. Aber das muss doch ein Irrer sein, wenn wir den erwischen, der zerbratzt hat wie ein Käfer unter Windschutzscheibe. Der kommt uns mit ausgebreiteten Armen entgegen. Halt und Augen zu. Mein Gott. Das ist schon für die nächste Trauerfeuer. Der Aufzug, den du neulich repariert hast, der funktioniert wieder tadellos. Hat niemand gequietscht, als er sagt, dass Rudi Schulz nach unten geblieben ist. Mann, hör auf! Den hast du doch auf dem Gewissen. Wird doch kein Unsinn! Hattest du doch was unternommen. Das ist ja wohl das letzte Schreie doch nicht so! Die Leute gucken das schon. Das war nötig, oder was? Ich hab bei meinem Schwager im Strafgesetzbuch nachgelesen. Der ist Rechtspfleger. Paragraf 240. Hier. Ich hab dir das Rückser aufgeschrieben. Mann, hier auf dem Friedhof. Erstens. Wer einen anderen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Zweitens. Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. Und das war's ja wohl. Schmeiß den Zettel weg! Das ist doch alles Heuchelei bei dir. In Wirklichkeit bist du doch selber froh, dass alles so gekommen ist. Du bist der edle Mensch geblieben, der Gute. Schön für dich. Und ich bin der böse Junge, der den armen Rudi auf dem Gewissen hat. Aber unsere Arbeit haben wir schließlich beide behalten. unsere ganze Existenz. Ich glaube, ich komme da nie wieder drüber weg. Ich hätte schreien sollen, die Fenster einschlagen. Wir hätten ihn ganz sicher noch abwarten können, wenn wir gleich losgelaufen wären. Weißt du was? Komm, wir gehen noch ein Bier träumen, ne? Komm. Nee, ich muss noch in den Knast. Harry wartet auf mich. Sprechstunde. Du hast doch noch Zeit. Ich fahre nachher ja schnell mit dem Wagen so bei. Gute sehr, Herr Kaspetschig. Wie haben Sie Ihren hoffnungsvollen Sprechstunde? Ich höre jetzt mal ein bisschen weg. Wir wissen ja mit der Zeit selber am besten, was bei uns alles verboten ist. Hallo, Harry. Wie geht's? Warum siehst du denn so festlich gekleidet aus? Schwarzer Anzug und so. Ist doch gar kein Karneval jetzt. Ich war auf einer Beerdigung. Das heißt, bei einer Trauerfeier im Krematorium. Dann weiß ich ja wenigstens, wie du aussiehst, wenn du zu meiner kommst. Ich denke, seit du deine Schweißerlehre hier angefangen hast, geht's dir besser. Naja, klar. Das ist jetzt jeden Tag hier so ein Gefühl, als machst du Urlaub auf den Bahamas. Meinst du, was wir hier so surfen? Und die Weiber erst. Musst du auch das Auto klauen? Ja, musste ich. Bitte etwas leiser, sonst muss ich noch jedes Wort verstehen. Ja, okay. Die machen doch einen netten Eindruck, die Beamten hier. Na, wir etwa nicht? Wenn du zweimal im Bunker warst hier, nicht weiter als Beton und eine Decke drin, dann wirst du schon ein netter Mensch. Meinst du, draußen ist alles ein Honig lecken? Jeden Tag kannst du gefeuert werden. Und die Kollegen untereinander. Weißt du eigentlich, von wessen Beerdigung ich gerade komme? Nee. Woher denn? Rudi Schulz. Den kennst du auch noch. Der mit den grauen Haaren und da hat eine Fahne. Der hat sich von Intercity geworfen, weil er geglaubt hat, Lenz würde ihn entlassen. Warum das? Ja, weil er in roten Zahlen drin steckt, der Chef. Da hat er so angedeutet, dass er einen von uns auf die Straße setzen muss. Na, hätte er doch den Körner rausgeschmissen, dieses Schwein. Und was hast du denn bloß immer gegen Eckhardt? Weißt du doch selber, wäre er damals nicht so feige gewesen, brauchte ich keine anderthalb Jahre hier abzusitzen. Nichts wäre dem passiert, wenn er mir ein Alibi verschafft hätte, gar nichts. Das hätte er ganz einfach tun müssen, schon deinetwegen. Wozu seid ihr denn die ganze Zeit über befreundet gewesen? So was tut man doch mal für einen alten Kumpel. Lässt er mich wegen so einer Lappalie hier einfahren und Mutter kriegt einen Nervenzusammenbruch. Du, ich sag dir, pass bloß auf auf den. Der ist eiskalt, der geht auch über Leichen. Sag mal, sollte denn außer diesem Schulz da noch einer von euch entlassen werden? Na ja, der Schiff hat zwar noch nichts von verlauten lassen, aber es gibt da so Gerüchte in der Firma, dass sie in Zukunft mit einem Monteur rauskommen wollen. Der reicht dann ja auch für die paar Reparaturaufträge. Also, Körner oder du? Sieht so aus, ja. Du, da musst du dich gegen den irgendwie absichern, verstehst du? Schwimmen ist und bleibt mein Hobby Nummer eins. Letzten Urlaubstag muss man nochmal so richtig genießen. Was heißt hier letzter Urlaubstag? Der vorletzte Arbeitstag ist das. Ja, für dich. Du hast es gut. Du kannst in aller Ruhe deine Briefmarken einkleben. Morgen müssen wir beide nochmal ins Hochhaus zurück. Da gibt es jetzt beim Dauerbetrieb ganz erhebliche Schwierigkeiten. Der Chef will auch mit. Morgen ist Morgen. Das vergiss erst mal. Achtung, der meint uns. Ja, Tempo. Tempo, der schafft er noch bis zum anderen Opa rüber. Das ist mir zu weit. Ich schwimm zurück. Meinst du, du bist doch kein Opa, nur. Komm, los, komm jetzt. Lass meine Hand los. Du kommst, du kommst jetzt mit. Hau ab. Ich schreibe uns um Hilfe. Ich bin auf die. Ich bin der Fahrer anregend, also machen wir absolut nicht alles. Was ist denn los mit dir? Warum hast du denn plötzlich deinen Anfall gekriegt? Was? Das war doch ein glatter Mordversuch. Ja, hör mal, du spinnst wohl. Soll ich einen Arzt holen? Du weißt so genau, als ich ein schlechter Schwimmer bin. Du wärst noch schnell weggetaucht, aber ich? Ich wäre auf das Schiff gekommen, hundertprozentig. Und dann hinten in die Schraube rein. Ist ja fleischfertig worden. Das wolltest du auch nur. Deine Fantasie möchte ich haben. Seit du Rudi Schulz auf dem Gewissen hast, da brauche ich die auch. Du weißt ja genau, was sie in der Firma reden. Nee. Nee, weiß ich nicht, woher denn? Ich hatte ja Urlaub. Und warum warst du gestern in der Werkstatt? Mir eine Schleifmaschine holen. Meine zu Hause ist mir kaputt gegangen. Und du hast ja keine. Dann habe ich mit keinem weitergesprochen. Das kannst du mir noch nicht erzählen. Was ist denn das für ein Gerücht? Dass der Chef weiter rationalisieren will. Einer von uns beiden liegt nächsten Monat auf der Straße. Das ist so Quatsch. Du doch nicht so. Wenn ich hier abgesoffen wäre, wärst du der letzte Überlebende. Das willst du doch nur. Dass du alleine übrig bleibst. Für einen ist immer genügend Arbeit da. Bis zum Jahr 2000 sogar. Dann kannst du in aller Ruhe die Raten für deinen Palast abstottern. Na, nur beruhige dich mal langsam wieder, ja? Eines sag ich dir. So schnell wie Rudi Schulz, wirst du mich nicht loswerden. Ich schreib nachher einen Zettel bei mir zu Hause, wo das alles raufkommt. Dass du den Rudi Schulz auf dem Gewissen hast. Und dass das eben hier ein Mordversuch war. Und den Schlusssatz, den kann ich dir jetzt schon sagen. Sollte ich anders als auf natürliche Weise ums Leben kommen, dann heißt der Täter Eckart Körner. Bitte die Kripo einschalten. Hör mal, du weißt ja nicht mehr, was du redest. Komm. Komm, nur zieh dich jetzt erst mal an und dann gehen wir ein Bier trinken, ja? Mit dir nicht mehr. Lass mich in Ruhe. Fahr allein nach Hause. Dann reden wir morgen nach Feierabend nochmal drüber, ja? Hallo, Herr Bertschi. Wie sieht's aus hier unten? Wir studieren morgen bestimmt. Habt ihr wenigstens Ruhe jetzt. Oben ist längst Feierabend. War ja auch eine Menge zu machen. Ja, die Seide in den Treibscheibenrädern sind immer gerutscht, der Schutz für den Bremslüfter war nicht in Ordnung, der Bremsbelag verhüllt, beim Steuertrafo die Sekundärwicklung defekt und noch x andere Kleinigkeiten. Und hier in der Schachtkrube unten war die Puffer kaputt? Ja, die Schraubverbindung gelockert. Die Bremsflüssigkeit ausgelaufen. Also wenn wir diesen neuen Hydraulikpuffer, die schon alles verärgert hatten, mein Güst. Ja, das ging mir schon wieder hin. Sie sehen ja ganz blass aus. Ihr Kreislauf wieder? Aber wir müssen unbedingt heute fertig werden. Werden wir ja auch. Es war nur das Bier vorhin nach dem Essen. Das war mir ein bisschen schwindeliger geworden. Aber jetzt geht's schon wieder besser. Na prima. Morgen haben Sie ja dann auch Urlaub. Mal eine Zeit lang nichts tun. Die Batterie wieder aufladen. Was macht ein Körner jetzt? Denn nach oben im Erdgeschoss die Tür ganz. Da ist die Nase an der Schwingleiste kaputt. Wenn ich den Puffer hier festgeschraubt hatte, wollen wir gleich mal sehen, ob der Fahrkorb beim Auffahren mit der richtigen Verzögerung zum Stehen kommt. Sehr schön. Ich fahr dann nochmal mit dem anderen Lift zum Triebwerkraum hoch und ziehe mir die Trebsscheibe an. Und wenn ihr dann fertig seid, lade ich euch beide zum Essen ein. Ich habe sowieso noch was mit euch zu besprechen. Was denn? Ein Festessen für uns? Muss der Firma so schlecht gehen? Na, na, das ist noch drin. Obwohl es mit uns abwärts geht. Wo sind unsere Schwarzschraubenschüsse? Eckart! Eckart! Da bin ich drin! Anhalten! 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 Untertitelung. BR 2018 Wie sieht es denn aus, Frau Doktor? Tut mir leid, aber da ist nichts mehr zu machen. Ich kann doch nichts dafür. Glauben Sie mir doch, das war doch nicht meine Schuld. Kommen Sie, kommen Sie, ich gebe Ihnen eine Spritze. Wie lange, Herr Gottschalk? Ja. Harry ist gleich der hinten links. Wann hat er sich demnächst, was er so gemacht? Prima eigentlich, aber seit sein Vater tot ist, der macht das schon mal schwierig. Was er so sagt, kann man das ernst nehmen, oder ist das auch so ein Spinner geworden, der so ein bisschen unter Verfolgungswahn leidet? Nee, Harry ist schon in Ordnung. So krumme Dinger, die hat er nie gemacht. Mal sehen. Harry, Besuch für dich. Die Krippe. Danke, Herr. Wenn Sie uns dann alle anlassen wollen. Aber selbstredend. Tag, mein Lieber. Wie geht's? Glänzend. Schade, dass ich nicht lebenslänglich gekriegt habe. So schön ist das hier. Morgen oder übermorgen soll es doch Urlaub geben, wie ich gerade gehört habe. Dann kann ich meinem Vater Blumen aufs Grab legen. Ich lasse mich mal auf deine Pritsche. Na, einen Schaukelstuhl kann ich Ihnen leider nicht anbieten. Aber auf dem Klo sitzt man auch sehr schön. Bitte sehr, Herr Kommissar. Ich bin nicht meinetwegen hier, sondern deinetwegen, ja? Also was ist denn nur los? Ich glaube nicht, dass das mit meinem Vater da ein Unfall war. Was denn dann? Ein glatter Mord. Wie kommst du denn da auf? Als er letztes Mal hier war, da hat er mir gesagt, dass er vor dem einen Kollegen bei ihm, dem Körner, unheimliche Angst hat. Dass der ihn auch zur Strecke bringen will. Genauso wie diesen Brudi Schulz. Schulz? War das nicht der, der sich vor den Zug geworfen hat? Ha, ha, vor den Zug geworfen. Ja, davon weiß ich auch nur das, was in der Zeitung gestanden hat. Selbstmord, weil er entlassen werden soll. Ja, bei dem Schulz, da war es Selbstmord und bei meinem Vater war es ein Unfall. Dass ich nicht lache. Tatsache ist nun mal, dass der Körner jetzt der letzte Monteur ist. Und den braucht der Chef ja auf alle Fälle. Da kann der Körner jetzt sein Haus behalten und sein Mercedes in Urlaub fahren kann er auch wieder. Ja, da Glück gehabt. Dem Glück ein bisschen nachgeholfen hat er. Aber mein Vater, der hat das geahnt und ich habe ihn auch noch gewarnt davor. Na, hier bei euch im Knast ist das gegenseitig denunzieren ja in der Tagesordnung. Aber musste da auch noch Außenstehende mit einbeziehen. Der Körner hat den Schulz auf dem Gewissen und meinen Vater auch. Und wenn Sie da nichts unternehmen, dann hätte sich Ihnen die Presse auf den Hals. Jede Woche turnt hier ein Reporter rum, den brauche ich bloß mal anzusprechen. Hast du Beweise? Zwei Tote bisher sind doch Beweis genug. Entschuldigung. Lenz? Ja, du, tut mir leid, ich habe gerade Besuch. Die Kripo wegen Schulz und Kaspercik. Ich rufe nachher zurück, ja? Tschüss dann. Fräulein Hanke, ich habe Sie doch gebeten, keine Gespräche mehr durchzustellen. Auch keine privaten. Haben Sie den Körner denn schon irgendwo auftreiben können? Nein, aber wir suchen weiter. Vorhin war er noch in der Werkstatt, dann wollte er in die Kantine, da ist er aber nicht angekommen. Wenn Sie ihn gefunden haben, soll er unbedingt herkommen und hier draußen warten, bis wir ihn holen. Ja, selbstverständlich. Gut, danke. Ja, ähm, was sagen Sie denn, Herr Gonchorek? Sollen wir schon was unternehmen? Ich meine Körner eventuell suchen lassen? Nein, nur nichts überstürzen, wird sich schon wieder einfinden. Ähm, hat Schulz denn schon vorher erkennen lassen, dass er vielleicht selbst Mord begehen will? Nein, eigentlich nicht. Sicher, nachdem die Frau ihn verlassen hatte, da war er schon ein bisschen schwermütig. Also depressiv. Ja, ja. Ja, und getrunken hat er auch, aber ich habe nie gehört, dass er mal davon gesprochen hat, ich meine, sich das Leben zu nehmen. Einen von den dreien haben Sie entlassen wollen. Müssen. Müssen, meinetwegen. Und, äh, das haben Sie denen auch gesagt. Na ja, was soll ich denn anderes machen? Die roten Zahlen, ich weiß, ich weiß. Aber Sie haben doch offen gelassen, wen? Ja, vorerst ja. Ja, und wie hat denn Ihre inoffizielle Rangliste ausgesehen? Von wem hätten Sie sich denn am ehesten getrennt? Also zuerst von Körner, dann von Kaspertschicken, dann von Schulz. Warum denn das? Ich denke, Schulz war Alkoholiker. Ja, trotzdem ist er fachlich wohl der Beste von den dreien gewesen. Nee, aber der Hauptgrund ist ja ein ganz anderer. Schulz war ein alter Spezi meines Vaters. Und ich habe meinem Vater in die Hand versprechen müssen, Schulz auf alle Fälle in der Firma zu halten. Ja, das muss er doch gewusst haben. Eigentlich schon. Aber schriftlich hat er es natürlich nicht. Und misstraut haben wird er mir auch. Ach Gott, dein Königreich, für ein bisschen mehr Klarheit. Was mich natürlich ein klein wenig stutzig macht, ist das Fehlen eines Abschiedsbriefes. Eine Begründung. Wem hätten der schreiben sollen? Seinen Kollegen vielleicht. Ach, die haben sich doch sicher klammheimlich gefreut, dass damit einer aus dem Rennen war. Ja. Verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch, aber ist es wirklich absolut sicher, dass das ein echter Selbstmord war? Naja, daran habe ich natürlich auch schon gedacht, aber die Aussage der beiden Leute in der Lok vorne ist ganz eindeutig. Schulz ist doch dem Zug ein ganzes Stück entgegengelaufen. Weit und breit kein anderer Mensch zu sehen. Warum soll ich denn da... Entschuldigung, aber Herr Körner ist da. Danke sehr, wir kommen gleich. Na sehen Sie, wo kann ich den Körner mal für ein paar Minuten sprechen, ohne dass jemand uns... Am besten gleich hier bei mir im Büro. Ich habe sowieso noch was im Lager zu tun, ja? Ich hole ihn gleich mal rein. So, bitte, Herr Körner. Der Herr Gonschorek von der Kripo Dornraterwarteziehung. Wo waren Sie? Im Archiv auf dem Dachboden, wegen dem oftzeren Parkhotel, Beuer 27. Ja, dann darf ich den Herrn jetzt alleine lassen. Also bitte. Ja, guten Tag, Herr Körner. Wenn Sie bitte Platz nehmen wollen. Danke, Herr. Sie wissen ja sicher, weswegen ich hier bin. Na ja, wegen Kaspertschek, oder? Ja, und wegen Schulz. Da kann ich auch nur sagen, was ich Ihrem Kollegen neulich schon gesagt habe. Das eine war ein Unfall, das andere war Selbstmord. Ja, aber Schulz hätte doch einen Abschiedsbrief für seine Kollegen. Ja, hat er aber nicht, hat er nicht. Vielleicht hätte er Angst gehabt, dass wir ihn dann suchen, noch rechtzeitig finden würden. Und das hätten Sie doch wirklich getan. Na, da gibt's doch wohl keinen Zweifel dran. Doch, doch. Er oder Sie. Sie groß und klein geschrieben. Also, er oder Kaspertschek oder Sie. Das war doch da die Frage. Sein oder nicht sein. Ja, sicher, aber alles hat auch seine Grenzen, auch für uns. Sie als Beamter haben da gut reden. Außerdem war der Kaspertschek als Erster im Zimmer. Ich bin erst mal auf die Toilette. Ja, aber Schulz hat doch sicher schon vorher mal davon erzählt, dass er lebensmüde ist. Ja. Und da sind Sie nicht von sich aus auf die Idee gekommen, gleich nach ihm zu suchen. Nee. Er war ja nun mal ein Einzelgänger und ist oft erst ein paar Stunden später, als wir in die Pension gekommen. Nachdem er mindestens zwei Promillentus hatte. Wir, das sind Kaspertschek und Sie. Ja. Sie waren doch eng miteinander befreundet. Ja, es war so eng. Na, jedenfalls haben Sie auch im privaten Bereich Kontakte unterhalten. Ja, wir haben Sonnabends öfter Karten gespielt, waren mal zusammen verreist. Na ja, wie das so ist. Ja, beim Gelde hört die Freundschaft auf, sagt man da, oder? Und bei der Frage Arbeitslosigkeit oder nicht? Was soll ich denn nun machen, nachdem der Unfall passiert ist? Von mir aus kündigen? Oder was? Na, vielleicht sollten Sie das wirklich tun, denn. So sind Sie doch der einzige Nutzen, dieser der beiden Todesfälle. Und da werden natürlich ganz bestimmte Verdächtigungen gegen Sie laut. Bin ich von mir aus hierher gekommen? Mein Gott, es war ein Unfall. Nichts weiter als ein Unfall. Es gibt tausende von Arbeitsunfällen jedes Jahr. Ich habe zwar schon das Protokoll für die Berufsgenossenschaft gelesen und den Ingenieur vom TÜV gehört. Aber mich würde schon noch interessieren, wie Sie das alles selber schuldern. Bitte, bitte. Wir haben da unten in der Schachtgrube die hydraulischen Puffer erneuern sollen. Und alles war unheimlich hektisch und ging auch nicht so schnell wie sonst, weil uns eben der Schulz an allen Ecken und Enden gefehlt hat. Und dann ist kurz vor Feierabend auch noch der Chef angetanzt, um uns Dampf zu machen. Und da hat dann der Peter, also der Kaspertschik, gesagt, ich soll schon mal in das Erdgeschoss runterfahren und da die Tür ganz machen. Und das mit der Hydraulik unten, mit den Puffern, das würde er schon allein schaffen. Sie haben gesagt, ins Erdgeschoss runterfahren. Wie soll ich denn das verstehen? Na, der Aufzug hat im zweiten oder dritten Stock gehalten, also ziemlich hoch über uns, im Schacht zwei. Da bin ich dann zum Erdgeschoss raufgeklettert. Ja, und von da mit dem anderen Aufzug nach oben gefahren, im Schacht eins also. Und dann in unserem Schacht, also da, wo wir alles repariert haben, ins Erdgeschoss runter, wo noch was an der Tür kaputt war. Na, so viel ich weiß, durften Sie das doch gar nicht. Steht doch hier schwarz auf weiß in der Arbeitsanweisung Ihrer eigenen Firma. Vor dem Einsteigen in die Schachtgrube ist, im Triebwerkraum der Hauptschalter auszustellen und damit sicherzustellen, dass der Fahrkorb durch eine unbeabsichtigte Abwärtsbewegung keine Unfallgefahren verursachen kann. Ja, 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 solange noch Leute im Hochhaus waren, also die, die da den ganzen Tag über gearbeitet haben, da hatten wir den Hauptschalter ja auch ausgehabt. Und erst nach Feierabend, als dann alles immer schneller gehen sollte, da haben wir ihn wieder eingeschaltet. Das war ja auch alles so abgesprochen. Kaspercik wollte die Notentschaltung außer Betrieb setzen und dann wollten wir sehen, wie die neu installierten hydraulischen Puffer reagieren, wenn der Fahrkorb auf sie aufprallt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kaspercik sich auf dieses Verfahren eingelassen hat. Ich weiß nämlich ganz genau, dass er Angst vor Ihnen hatte. Und Sie hätten doch dabei jeden Augenblick mit dem Fahrkorb nach unten kommen und ihn zerquetschen können. Wie denn? Wie denn? Wenn der Fahrkorb wirklich auf die Puffer knallt, ist bis zum Boden der Schachtgrube immer noch so viel Platz, dass man da nicht zerquetscht wird, wenn man sich... jedenfalls nicht, wenn man sich lang hinwürgt. Aber Kaspercik ist doch zerquetscht worden. Ja! Ja, aber weil die Puffer eben noch nicht fertig montiert waren. Und er ist ja auch nicht unten am Fuß der Schachtgrube passiert, sondern beim Aussteigen aus der Schachtgrube. Nachdem er mir zugerufen hatte abwärts. Da ist er eben nicht mehr ganz rausgekommen. Solche Schwächeanfälle soll er schon öfter gehabt haben. Sagt seine Frau ja selber. Ja, mit der muss ich sowieso noch mal sprechen. Das steht ja schließlich auch im Unfallprotokoll. In sitzender Stellung, die Beine in den Schacht hängend, wurde der Monteur vom Fahrkorb erfasst und tödlich verletzt. Ja, wenn jemand anders den Zurufe von Kaspercik gehört hätte, da wäre ja auch alles in Ordnung. Wer denn? Der Chef war ja nicht mehr unten bei Kaspercik. Sehen Sie mal, woher habe ich denn wissen können, dass er wieder nach oben gegangen ist? Die Gespräche unten im Schacht, die hört man doch ziemlich weit nach oben. Das halt doch mächtig. Oft sitzt der Chef auch rum und studiert die Bauzeichnung und rechnet. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ich habe jedenfalls den Ruf abwärts gehört und daraufhin den Fahrkorb nach unten in Bewegung gesetzt. Und die Bestätigung von Kaspercik, die ist auch gekommen? Ja, natürlich. Und da muss er dann seinen Schwächeanfall bekommen haben. Und das kann ich mir das wirklich nicht erklären. Schließlich haben wir sowas wie das da, das haben wir ja mehr als 20 Jahre zusammen gemacht, ohne dass was passiert ist. Da ist man blind aufeinander eingespielt. Ja, Herr Kader, das wäre es denn wohl. Sie werden es mir vielleicht nicht glauben, aber mir ist es schon mal gelungen, einen Pudding an die Wand zu nahlen. Und in Ihrem Fall kann ich mir das auch vorstellen. Herr Kader, trink nicht so viel. Was soll ich denn sonst machen? Isst lieber noch was. Ich habe keinen Hunger mehr. Mir ist das alles doch ziemlich auf den Magen geschlagen. Das mit Kaspercik und der Kripo da, das muss ja doch nicht so tragisch nehmen. Nicht so tragisch nehmen. Soll ich vielleicht jubeln, weil ich jetzt unter Mordverdacht stehe? Mordverdacht ist doch Quatsch. Wissen doch alle, dass das ein Unfall war. Ja, sicher wissen das alle. Nur dieses Arschloch von Gonchowek nicht. Lass ihn doch machen, was er will. Du weißt es nicht. Also kann er den mal in Bruch runter. Ja, das auch. Vor allen Dingen aber kann er noch ganz was anderes. Ich will mich da hinbringen, wo er Harry Kaspercik auch schon hingebracht hat. In den Knast. Ach, wie denn? Wacht er doch Beweise zu? Ja, darum geht es doch die ganze Zeit. Könnte er nämlich bald haben. Wieso? Dann hast du also doch... Nein! Habe ich nicht. Ich schwöre dir, dass es ein Unfall war. Ich schwöre es. Aber wenn mir schon die eigene Frau nicht mehr glaubt... Also ich glaub dir ja. Wenn ich dir nicht mehr glauben würde, dann... Aber... Aber was sind denn das für Beweise? Beweise sind das nicht, aber... Könnte was sein, wo er mir einen Strick draus drehen könnte. Der Ganschowek? Wer denn sonst? In den nächsten Tagen will er drüben bei Kasperciks rumstöbern und... Da könnte er dann was von Peter finden, was sehr unangenehm für mich wäre. Was denn? Ein Brief. Oder ein Zettel, wo draufsteht, dass ich Rudi Schulz auf dem Gewissen habe. Und auch schon mal versucht habe, ihn, also Peter, aus dem Verkehr zu ziehen. Und als wir da mal baden waren, da hat er sich eingebildet, ich wollte ihn unter Wasser drücken und... dass er dann von der Schiffsschraube erfasst wird und... Plötzlich hat er richtig unter Verfolgungswahn gelitten und da wollte er dann, wenn er wieder zu Hause war, ja, wollte er einen Zettel schreiben. Das höre ich noch wie heute. Sollte ich anders als auf natürliche Weise ums Leben kommen, dann heißt der Täter Eckart Körner. Bitte die Kripo einschalten. Schön. Auf dem Zettel. Macht dir mal keine Sorgen. Wenn einer da wäre, dann hätte ihn die Erika doch schon längst gefunden oder... oder die Kinder, irgendjemand. Die werden ihn nur noch nicht gefunden haben, weil sie ihn nicht gesucht haben. Aber ganz schauig, der wird... der wird wirklich intensiv danach suchen und wenn der den dann gefunden hat, dann... das ist doch mein Todesurteil. Rüber gehen und mal selber nachsehen können wir ja nun nicht mehr. Ich wollte vorher noch mal mit Erika sprechen, da hat sie mir die Tür vor der Nase zugeknallt. Die gibt dir nun mal die Schultern an. Ja, aber... Er hat abwärts gerufen, mein Gott, noch mal. Da habe ich den Fahrkopf nach unten geschickt. Er hat selbst schuld. Aber du sagst ja selber, dass dir keiner glaubt. Das ist es ja. Deswegen muss ich den Zettel haben, bevor er die Kripo in die Finger kriegt. Sag mal... die Schlüssel von Kasper Csiks. Die haben wir doch noch. Sicher. Aber da kannst du nicht hin, wir sind heute Abend zu Hause. Oh, scheiße. Aber, warte mal. Morgen fahren sie erst mal ein paar Tage zu ihrer Mutter. Das habe ich vorher in einem Supermarkt mitgekriegt. Da muss ich unbedingt rüber. Das ist meine letzte Chance. Was ist das? Tut mir leid, Felix. Ich habe gar nichts für dich. Lass mich mal durch. Ich muss wieder gehen. Nett, dass Sie mir aufmachen, Herr Knoll. Rein mit dir, du Schwein. Harry, bist du denn wahnsinnig geworden? Na? Wie fühlt man sich denn so als Einbrecher? Ich wollte auch noch die Blumen. Halt mal, du Affenarsch. Was hast du hier gewollt? Das geht dich doch ein Schuss an. Das geht mich eine ganze Menge an. Na? Hat der liebe Onkel Eckhardt genug? Ja. Los, setz dich da in den Sitzel. Bitte. Oh, oh, oh. Na bitte. Kannst du mal sehen, was man im Knast alles so lernt? Anderthalb Jahre in der JVA Dornrath und du stehst dein Mann. In jeder Situation. Das alles habe ich dir zu verdanken. Oh, Entschuldigung. Ihnen, lieber Herr Kauner. Sitzen bleiben. Ich wollte mir doch nur eine Zigarette kriegen. Nix da, nix da, nix da. Im Knast hatte ich anfangs auch nichts zu rauchen. Du bist doch einverstanden, dass wir uns wieder duzen. Hä? Sprich nach. Ja, weil wir jetzt beide Dreck am Stecken haben. Jetzt sitzt dein Zeug nur locker, aber am nächsten Schlag ist er raus. Ja. Weil wir jetzt beide Dreck am Stecken haben. Na prima. Ich sehe schon, wir werden uns in Zukunft richtig verstehen. Mal sehen, ob es auch wirklich stimmt, was ich so vermute. Was hast du hier gewollt? Äh. Ich. Ja, wer denn sonst? Ich wollte mir eine Bohrmaschine. Ich. Ja. Du weißt, dass man sich unterfreundlich anlügen soll. Also. Du, ich mach dich derartig fertig, dass du ein Jahr im Krankenhaus liegst und wenn ich dafür das Doppelte an Strafen kriege. Also. Du warst hier und hast den Vaters Sachen geschnüffelt. Äh. Weil du genau weißt, dass hier was versteckt ist, was dich belastet. Mann, verstell dich doch nicht so. Ich sehe dir doch genau an, dass du was gefunden hast. Nein. Nein, ich hab doch, ich hab nichts gefunden. Du hast sogar den Aschenbecher hier. ein schönes, schweres Kristall. Wenn ich dir den jetzt über die Rübe haue, in Notwehr, weil ich einen Einbrecher überrascht hab, dann haben wir in 14 Tagen die nächste Beerdigung. Du hast meinen Vater umgebot. Leid. Nein. Es war ein Unfall, Hagi. Ich schwöre dir, dass es ein Unfall ist. Das hat auch eine Beine. Garin. Garin. Die Schnauze. Hilfe, Garin. Zeig mal, zeig mal. Nein. Komm, komm, komm. Zeig mal hier. Das ist mein. Gib. Zeig mal. Gib den Zettel wieder. Ja. Das ist mein Zettel. Schnauze sind zerschlagen. Das ist ja interessant. Du hast also, Vater, festgehalten, als er dem Rudi Schulz hinterherrennen wollte. Der geht also ganz eindeutig auf dein Konto. Der war doch sowieso krank. Die Leber. Der hat doch sowieso nicht mehr lange gemacht. Von mir hat er auch keine gehabt. Aber wenn der Chef uns entlassen hätte, dann... Naja, das steht hier. Ich weiß, dass Eckart Körner mir nach dem Leben trachtet. Am 24. August hat er schon einmal versucht, mich aus der Welt zu schaffen. Aber da ist es ihm nicht gelungen, mich in die Schraube des Ausrichtsschiffes Concordia zu stürzen. Nein, das ist doch nicht wahr. Das ist doch alles überhaupt nicht wahr. Ob er nicht, Ahnsache ist nun mal, dass er tot ist und ich mich um die Familie kümmern muss, wenn ich wieder draußen bin. Ich war meine Lehre, habe ich dann fertig. Ja, aber das tut mir leid, Harry. Das tut mir leid, Harry. Das tut mir leid. Ich habe dir gar nicht leid zu tun. Ich habe ja dieses Papierchen hier. Wenn ich damit zu Gonchorek gehe, dann kannst du in einem halben Jahr meine Zelle beziehen als mein Nachfolger. Hundertprozentig. Gibt es die Boten weg, sitzen geblieben. Du kannst mich doch nicht so einfangen. Du konntest mich aber, als ich damals das Alibi von dir haben wollte. Es tut mir leid, Harry. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Mir fällt ja auch nicht ein. Ich verstehe das doch. Bitte verstehe das doch. Das ist sicher, Eckart. Klar verstehe ich dich. Ein Freund versteht den anderen immer. Ich werde dich doch nicht in den Knast schicken. Wer verdient mir denn sonst die Talerchen, von denen ich nachher leben will? Du wirst eine Menge zu tun haben. Erstmal muss die Haftentschädigung für mich zusammenkommen. Und dann das Geld, das ich für Mutter und für meine Geschwister brauche. Ich bin ja jetzt der Haupternährer. Oh, du wirst das schon schaffen. Du hast ja jetzt den Arbeitsplatz in der Firma absolut sicher. Da ist ja jetzt kein anderer mehr da, ne? Kannst ja noch am Wochenende tüchtig was dazu verdienen. Schwarzarbeit, als Elektriker und als Rohrleger. Dir wird bestimmt noch was einfallen. Unheimlich clever, wie du nun mal bist. Deine Mutter. Deine Mutter ist wieder zurück. Glaube ich nicht. Dann ist es Karin. Karin, die wundert sich, wo ich so lange bleibe. Wenn du denkst, du hast noch eine Chance. Ich warne dich. Bleib sitzen. Ah, Herr Konzorek. Das ist aber eine Überraschung. Ja, Harry. Da warst du gelungener Ausbruchsversuch. Nee. Hafturlaub, wegen dem Tod meines Vaters. Ich wollte mich mal mit deiner Mutter unterhalten, ein bisschen über das, was wir neulich besprochen haben. Die ist zur Oma gefahren, habe ich jedenfalls von Nachbarn gehört. Mensch, das sieht ja hier wie auf dem Schlaffeld aus. Ja, ja. Ich habe mich mal ein bisschen mit Herrn Krauner unterhalten. Kommen Sie mal. Der sitzt da hinten im Wohnzimmer. Das muss ja eine schöne Unterhaltung gewesen sein. Na, Herr Karler. Mann, Sie sehen ja aus. Ich habe eben andere Verhöhermethoden als Sie. Und? Braucht nichts. Krauner sagt die Wahrheit. Sehen Sie sich den doch mal an, wie der aussieht. Das ist doch der beste Beweis dafür. Na, da machst du schon recht haben. Aber vielleicht auch nicht. Sie sehen Sie sich den doch mal an. Das Kämatorium Dornrath, denen ist wieder mal ein Sarg auf halber Höhe stecken geblieben. Nein! Nein, das halte ich nicht mehr länger aus! Das ist doch wieder mal so ein fieser Krieg von euch, dass ihr mich doch noch weit kippt! Da haben wir zu Schulz und Kaspercik runtergefahren, sind das euch! Nein, ich mach das nicht! Ich mach das auf kalten Fall, Chef! Wenn Sie nicht fahren, dann ist das ein Kündigungsgrund. Das wissen Sie doch. Ja. Ja, ich weiß. Ich fahre ja auch. Haftentschädigung für Harry. Hörspiel von Key. Mit Harald Dietl, Karl-Heinz Fiegel, Eva Garg, Hans Kemner, Christian Korb, Maria Pichler, Günter Sauer, Henning Fenske und anderen. Ton und Technik Renate Scherber und Friedrich Wilhelm Heffner. Assistenz, Angeli Backhausen. Regie, Werner Klein. Das war das WDR-Kriminalhörspiel. Bei Gott. Das war doch nicht meine Schuld. Kommen Sie, kommen Sie, ich geb Ihnen ne Spritze. Ich bin dran, 블� Häck. Ich bin dran. Links. Er hat sich nicht links, dass er ihn so gemacht. Prima eigentlich. Aber seit sein Vater tot ist, der macht das schon mal schwierig. Ja, was er so sagt, kann man das ernst nehmen? Oder ist das auch so ein Spinner geworden, der so ein bisschen unter Verfolgungswahn leidet? Nee, Harry ist schon in Ordnung. So krumme Dinge, die hat er nie gemacht. Dann muss man mal sehen. Harry, Besuch für dich. Die Krippe. Danke, Herr. Wenn Sie uns dann allein lassen wollen. Aber selbstredend. Tag, mein Lieber. Wie jetzt? Glänzend. Schade, dass ich nicht lebenslänglich gekriegt habe. So schön ist das hier. Morgen oder übermorgen soll es doch Urlaub geben, wie ich gerade gehört habe. Da kann ich meinen Vater Blumen aufs Grab legen. Ich lasse mich mal auf deine Pritsche. Na, einen Schaukelstuhl kann ich Ihnen leider nicht anbieten. Aber auf dem Klo sitzt man auch sehr schön. Bitte sehr, Herr Kommissar. Ich bin nicht meinetwegen hier, sondern deinetwegen, ja? Also, was ist denn nun los? Ich glaube nicht, dass das mit meinem Vater da ein Unfall war. Was denn dann? Ein glatter Mord. Wie kommst du denn darauf? Als er letztes Mal hier war, da hat er mir gesagt, dass er vor dem einen Kollegen bei ihm, dem Körner, unheimliche Angst hat. Dass der ihn auch zur Strecke bringen will. Genauso wie diesen Brudi Schulz. Schulz? War das nicht der, der sich vor den Zug geworfen hat? Ha, ha, vor den Zug geworfen. Ja, davon weiß ich auch nur das, was in der Zeitung gestanden hat. Selbstmord, weil er entlassen werden soll. Ja, bei dem Schulz, da war es Selbstmord und bei meinem Vater war es ein Unfall. Dass ich nicht lache. Tatsache ist nun mal, dass der Körner jetzt der letzte Monteur ist. Und den braucht der Chef ja auf alle Fälle. Da kann der Körner jetzt sein Haus behalten und sein Mercedes in Urlaub fahren kann er auch wieder. Ja, da Glück gehabt. Dem Glück ein bisschen nachgeholfen hat er. Aber mein Vater, der hat das geahnt und ich habe ihn auch noch gewarnt davor. Na, hier bei euch im Knast ist das Gegenseit. Sie denunzieren ja in der Tagesordnung. Aber musste da auch noch Außenstehende mit einbeziehen. Der Körner hat den Schulz auf dem Gewissen und meinen Vater auch. Und wenn Sie da nichts unternehmen, dann hätt sich Ihnen die Presse auf den Hals. Jede Woche turnt hier ein Reporter rum, den brauche ich bloß mal anzusprechen. Hast du Beweise? Zwei Tote bisher sind doch Beweis genug. Entschuldigung. Lenz? Ja, du, tut mir leid, ich habe gerade Besuch. Die Kripo-Wing... LK, du trinkst nicht so viel. Was soll ich denn sonst machen? Isst lieber noch was. Ich habe keinen Hunger mehr. Mir ist das alles doch ziemlich auf den Magen geschlagen. Das mit Kunschlorek und der Kripo da, das muss ich doch nicht so tragisch nehmen. Ja, nicht so tragisch nehmen, haha. Soll ich vielleicht jubeln, weil ich jetzt unter Mordverdacht stehe? Ja, soll ich das? Mordverdacht ist doch Quatsch. Wissen doch alle, dass das ein Unfall war. Ja, sicher wissen das alle, nur dieses Arschloch von Kunschlorek nicht. Lass ihn doch machen, was er will. Du weißt es nicht. Also kann er denn meine Brücke runter... Ja, das auch. Vor allen Dingen aber kann er noch ganz was anderes. Ich nehme mich da hinbringen, wo er Harry Kaspercik auch schon hingebracht hat. In den Knast. Ach, wie denn? Braucht er doch Beweise zu. Ja, darum geht es doch die ganze Zeit. Könnte er nämlich bald haben. Wieso? Dann hast du also doch... Nein! Habe ich nicht. Ich schwöre dir, dass es ein Unfall war. Ich schwöre es. Aber wenn mir schon die eigene Frau nicht mehr glaubt... Also ich glaube dir ja. Wenn ich dir nicht mehr glauben würde, dann... Aber... Aber was sind denn das für Beweise? Beweise sind das nicht, aber... Könnte was sein, wo er mir einen Strick draus drehen könnte. Der Kanschlorek? Wer denn sonst? In den nächsten Tagen will er... Drüben bei Kasperciks rumstöbern und... Da könnte er dann was von Peter finden, was sehr unangenehm für mich wäre. Was denn? Ein Brief. Oder ein Zettel, wo drauf steht, dass ich Rudi Schulz auf dem Gewissen habe. Und auch schon mal versucht habe, ihn, also Peter, aus dem Verkehr zu ziehen. Und als wir da mal baden waren, da hat er sich eingebildet. Ich wollte ihn unter Wasser drücken. Und dass er dann von der Schiffsschraube erfasst wird. Und plötzlich hat er richtig unter Verfolgungswahn gelitten. Und da wollte er dann, wenn er wieder zu Hause war, ja, wollte er einen Zettel schreiben. Das höre ich noch wie heute. Sollte ich anders als auf natürliche Weise ums Leben kommen, dann heißt der Täter Eckart Körner. Bitte die Kripo einschalten. Schön. Auf dem Zettel. Mach dir mal keine Sorgen. Wenn einer da wäre, dann hätte ihn die Erika doch schon längst gefunden. Oder die Kinder, irgendjemand. Die werden ihn nur noch nicht gefunden haben, weil sie nicht gesucht haben. Aber Gons Schorhek, der wird... der wird wirklich intensiv danach suchen. Und wenn der den dann gefunden hat, dann... So, das ist doch mein Todesurteil. Rübergehen und mal selber nachsehen können wir ja nun nicht mehr. Ich wollte vorher noch mal mit Erika sprechen. Da hat sie mir die Tür vor der Nase zugeknallt. Die gibt dir noch mal die Schultern an. Ja, aber... Er hat abwärts gerufen. Mein Gott, noch mal. Da habe ich den Fahrkopf nach unten geschickt. Er hat selbst schuld. Was sagen Sie denn, Herr Gons Schorhek? Sollen wir schon was unternehmen? Ich meine, Körner eventuell suchen lassen? Nein, nur nichts überstürzen. Wird sich schon wieder einfinden. Hat Schulz denn schon vorher erkennen lassen, dass er vielleicht Selbstmord begehen will? Nein, eigentlich nicht. Sicher, nachdem die Frau ihn verlassen hatte, da war er schon ein bisschen schwermütig. Depressiv. Ja, ja. Ja, und getrunken hat er auch. Aber ich habe nie gehört, dass er mal davon gesprochen hat. Ich meine, sich das Leben zu nehmen... Einen von den dreien haben Sie entlassen wollen. Müssen. Müssen, meinetwegen. Und das haben Sie denen auch gesagt. Na ja. Was soll ich denn anderes machen? Die guten Zahlen, ich weiß, ich weiß. Aber Sie haben doch offengelassen, wen? Ja, vorerst ja. Ja, und wie hat denn Ihre inoffizielle Rangliste ausgesehen? Von wem hätten Sie sich denn am ehesten getrennt? Also zuerst von Körner, dann von Kaspertschicken, dann von Schulz. Na, warum denn das? Ich denke, Schulz war Alkoholiker. Ja, trotzdem ist er fachlich wohl der Beste von den dreien gewesen. Nee, aber der Hauptgrund ist ja ein ganz anderer. Schulz war ein alter Spezi meines Vaters. Und ich habe meinem Vater in die Hand versprechen müssen, Schulz auf alle Fälle in der Firma zu halten. Ja, das muss er doch gewusst haben. Eigentlich schon. Aber schriftlich hat er es natürlich nicht. Und misstraut haben wird er mir auch. Ach Gott, dein Königreich, für ein bisschen mehr Klarheit. Was mich natürlich ein klein wenig stutzig macht, ist das Fehlen eines Abschiedsbriefes. Eine Begründung. Wem hätten der schreiben sollen? Seinen Kollegen vielleicht. Ach, die haben sich doch sicher klammheimlich gefreut, dass damit einer aus dem Rennen war. Ja. Verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch, aber ist es wirklich absolut sicher, dass das ein echter Selbstmord war? Na ja, daran habe ich natürlich auch schon gedacht, aber die Aussage der beiden Leute in der Lok vorne ist ganz eindeutig. Schulz ist doch dem Zug ein ganzes Stück entgegengelaufen. Weit und breit kein anderer Mensch zu sehen. Warum soll ich denn da... Entschuldigung, aber Herr Körner ist da. Danke sehr, wir kommen gleich. Na sehen Sie, wo kann ich den Körner mal für ein paar Minuten sprechen, ohne dass jemand uns... Am besten gleich hier bei mir im Büro. Ich habe sowieso noch was im Lager zu tun, ja? Ich hole ihn gleich mal rein. So, bitte, Herr Körner. Der Herr Gonchorek von der Kripo Dornrater wartet Sie. Wo waren Sie? Im Archiv auf dem Dachboden, wegen dem Aufzug im Parkhotel, Bayer 27. Na, dann darf ich den Herrn jetzt alleine lassen. Also bitte. Ja, guten Tag, Herr Körner. Wenn Sie bitte Platz nehmen wollen. Danke, Herr. Sie wissen ja sicher, weswegen ich hier bin. Na ja, wegen Kasperczyk, oder? Ja, und wegen Schulz. Da kann ich auch nur sagen, was ich Ihrem Kollegen neulich schon gesagt habe. Das eine war ein Unfall, das andere war Selbstmord. Ja, aber Schulz hätte doch einen Abschiedsbrief für seine Kollegen lassen müssen. Ja, hat er aber nicht, hat er nicht. Vielleicht hätte er Angst gehabt, dass wir ihn dann suchen und noch rechtzeitig finden würden. Und das hätten Sie doch wirklich getan. Na, da gibt's doch wohl keinen Zweifel dran. Doch, doch. Er oder Sie. Sie groß und klein geschrieben. Also, er oder Kasperczyk oder Sie. Das war doch da die Frage. Doch, doch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das kannst du mir noch nicht erzählen. Was ist denn das für ein Gerücht? Dass der Chef weiter rationalisieren will. Einer von uns beiden liegt nächsten Monat auf der Straße. Das ist so Quatsch. Tut doch nicht so. Wenn ich hier abgesoffen wäre, wärst du der letzte Überlebende. Das willst du doch nur, dass du alleine übrig bleibst. Für einen ist immer genügend Arbeit da. Bis zum Jahr 2000 sogar. Dann kannst du in aller Ruhe die Raten für deinen Palast abstottern. Na, nur beruhige dich mal langsam wieder, ja? Eines sag ich dir. So schnell wie Rudi Schulz, lässt du mich nicht loswerden. Ich schreib nachher einen Zettel bei mir zu Hause, wo das alles raufkommt. Dass du den Rudi Schulz auf dem Gewissen hast. Und dass das eben hier ein Mordversuch war. Und den Schlusssatz, den kann ich dir jetzt schon sagen. Sollte ich anders als auf natürliche Weise ums Leben kommen, dann heißt der Täter Eckart Körner. Bitte die Kripo einschalten. Hör mal, du weißt ja nicht mehr, was du redest. Komm. Komm, nur zieh dich jetzt erstmal an und dann gehen wir ein Bier trinken, ja? Mit dir nicht mehr. Lass mich in Ruhe. Verleih mir heute. Dann reden wir morgen nach Feierabend nochmal drüber, ja? Hallo, Herr Körner, wie sieht's aus hier unten? Das ist nur neben euch gestimmt. Habt ihr wenigstens Ruhe jetzt. Oben ist längst Feierabend. War ja auch eine Menge zu machen. Die Seile in den Treibscheibenrädern sind immer gerutscht. Der Schutz für den Bremslüfter war nicht in Ordnung. Der Bremsbelag verhüllt. Beim Steuertrafo die Sekundärwicklung defekt. Und noch x andere Kleinigkeiten. Und hier in der Schachtrube unten waren die Puffer kaputt? Ja, die Schraubverbindungen gelockert. Die Bremsflüssigkeit ausgelaufen. Weil wir mit diesen neuen Hydraulikpuffern nicht schon alles verärgert hatten. Ja, mein Grüß. Oh, das sehen wir schon wieder hin. Sie sehen ja ganz blass aus. Ihr Kreislauf wieder? Aber wir müssen unbedingt heute fertig werden. Werden wir ja auch. Es war nur das Bier vorhin noch am Essen. Das ist mir ein bisschen schwindeliger geworden. Aber jetzt geht's schon wieder besser. Na prima. Morgen haben Sie ja dann noch Urlaub. Mal eine Zeit lang nichts tun. Die Batterie wieder ausladen. Was macht ein Körner jetzt? Nur der freie Fall ist schöner. Ich hab mich schon auf dem Friedhof gesehen. Du siehst dich ja nur noch auf dem Friedhof. Verdammt noch mal, wer hat denn jetzt schon wieder meinen Schraubenschlüssel? Kast Speracek hat ihn vorhin mit raufgenommen. In den Triebwerkraum. Peter! Seine Klemme und Schraubenschlüssel, aber naligalli! Wunder, Herr Gamm, ist die Fenster alleine. Ich quäle mich hier mit den Türenstoren rum. Weil die Schalterzügung zeigt mich schlimm. Und ihr seid so gequält, mal aus dem Schachzug gländern. Meine Fresse, ist das wieder eine Stimmung heute. Und seit ich Fahrstühle montiere, wird es jedes mal schlimmer. Am besten, man jagt sich eine Kugel durch den Kopf. Sie ist doch ein derart beschissenes Betriebsdremer hier. Mann, hol doch nicht gleich wieder. Nimm einen Schluck aus dem Flachmann und guck gleich mal nach, ob die Gegengewichtsaufhängung vorhin auch was abbekommen hat. Und die Wiedereinschaltsperre nicht vergessen. Ihr sollt bald mal nach oben kommen, Paolo. Wir schätzen dir mal wieder zu sprechen. Auf der Sonntag, so wunderschön, Freude. Was soll ich machen? Die Lage ist ernst und meine Auftragsbücher sind leer. Und diese Sache da in Köln? Ach, den Auftrag, den kriegen wir auf gar keinen Fall. Und warum? Weil die Konkurrenz die Auftraggeber hier nach Dornrad ins neue Radhaus eingeladen hatte. Und dann alle rein in den Aufzug, den wir gebaut haben, und dann stecken geblieben. Wir wollten doch einen extra Überlastungsschutz einbauen. Da waren Sie doch dagegen. Sparen, sparen, nochmal sparen. Ja, das ist ja nur auch egal. Tatsache ist, dass im Augenblick niemand mehr Geschäftshochhäuser baut. Und bei den Fabrikanlagen, da werden durchweg Flachbauten errichtet. Es tut mir leid, ich kann es ja auch nicht ändern. Und wenn die Firma Walter Lenz Aufzüge und Fahrtreppen nicht aus dem Handelsregister verschwinden soll, dann muss ich möglichst schnell abspecken. Wir sind also alle entlassen. Ja, alle nicht, aber ich kann euch einfach nicht mehr alle bezahlen. Das können Sie doch nicht machen, Herr Lenz. Also, ich habe das Haus neu gebaut, Kaspertschiks haben es in den vier anderen, gerade ihr fünftes Kind bekommen, und über 40 sind wir auch schon alle. Wo sollen wir denn was Neues herkriegen? Ich bin schon 53. Aber Ihr Vater, Herr Lenz, Ihr Vater hat mir doch versprochen, dass ich bei Ihnen bleiben kann, bis ich Rente kriege. Ja, das hat er, aber wenn ich alles einlösen wollte, was der den Leuten mal versprochen hat, dann... Und... Und wenn Sie uns allen etwas weniger in die Lohntüte tun würden? Das ist doch auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Dies ist nun mal der letzte Neubau für lange Zeit und dann für die laufenden Wartungsverträge. Da brauche ich nur noch einen Monteur, höchstens zwei... Wer... Wer von uns dreien soll denn jetzt... Ja, das lassen wir heute noch mal offen. Ich würde sagen, jeder von Euch hört sich mal um, ob sich vielleicht woanders noch was findet, und Freitag sprechen wir uns... nicht gefunden haben, weil sie ihn nicht gesucht haben. Aber Gons Schauhek, der wird... der wird wirklich intensiv danach suchen. Und wenn der den dann gefunden hat, dann... Das ist doch mein Todesurteil. Rübergehen und mal selber nachsehen können wir ja nun nicht mehr. Ich wollte vorher noch mal mit Erika sprechen, da hat sie mir die Tür vor der Nase zugeknallt. Die gibt Dir nun mal die Schultern an. Ja, aber... Er hat abwärts gerufen, mein Gott, noch mal. Und da habe ich den Fahrkopf nach unten geschickt. Er hat selbst Schuld. Aber Du sagst ja selber, dass Dir keiner glaubt. Das ist es ja. Deswegen muss ich den Zettel haben, bevor er in die Kripo in die Finger kriegt. Sag mal... Die Schlüssel von Kaspertschiks. Die haben wir doch noch. Sicher. Aber da kannst Du nicht hin, wir sind heute Abend zu Hause. Scheiße. Aber, warte mal. Morgen fahren Sie erst mal ein paar Tage zu Ihrer Mutter. Das habe ich vorhin im Supermarkt mitgekriegt. Da muss ich unbedingt rüber. Das ist meine letzte Chance. Das ist doch was. Tut mir leid, Felix. Ich habe gar nichts für Dich. Und lass mich mal durch. Ich muss wieder gehen. Nett, dass Sie mir aufmachen. Rein mit Dir, du Schwein! Oh, Harry, bist Du denn wahnsinnig geworden? Na, wie fühlt man sich denn so als Einbrecher? Ich wollte doch nur die Blumen essen. Halt schon mal, du Affenarsch! Was hast Du hier gewollt? Das geht Dich doch ein Schmissdrecker an. Das geht mich eine ganze Menge an. Na, hat der liebe Onkel Eckart genug? Ja, ja. Los, setz dich da in Sesse. Bitte. Na bitte. Kannst Du mal sehen, was man im Knast alles so lernt? Anderthalb Jahre in der JVA Dornrath? Und Du stehst da in Mann. In jeder Situation. Das alles habe ich Dir zu verdanken. Oh, Entschuldigung. Ihnen, lieber Herr Kauner. Sitzen bleiben. Ich wollte mir doch nur eine Zigarette. Nix da, nix da, nix da. Im Knast hatte ich anfangs auch nichts zu rochen. Du bist doch einverstanden, dass wir uns wieder duzen. Sprich nach. Ja, weil wir jetzt beide Dreck am Stecken haben. Jetzt sitzt Dein Zeug nur locker. Beim nächsten Schlag ist er raus. Ja. Weil wir jetzt beide Dreck am Stecken haben. Na prima. Ich seh schon, wir werden uns in Zukunft richtig verstehen. Walder-Lenz-Aufzüge-Fahrtreppen-Körner-Apparat. Massenkörner. Sie? Was machen Sie denn in der Werkstatt? Warum sind Sie nicht auf der Baustelle? Was ich hier mache, Chef? Ich schleife mir ein paar Meter Führungsschienen zurecht. Bei der ersten Probefahrt heute früh hat es unten ein bisschen gekracht. Was denn? Schaden am Fahrrad? Nein, nein, nur ein bisschen an den Führungsschienen. Ah, okay, okay. Warum ich einen von euch so Händeringen suche. Furchtbar heilige Sache. Anrufe eben vom Krematorium Dornrath. Bei denen ist der Lastenaufzug kaputt gegangen. Das kleine Ding da, das wir vor Jahren mal gebaut haben. Von der Trauerhalle runter zum Verbrennungshof. Kurzschluss irgendwo. Ja, und jetzt stoppt der ganze Betrieb bei denen. Fünf Trauerfeiern liegen doch an. Soll das ein Witz sein? Nein, über sowas mache ich keine Witze. Also bitte, sofort alles stehen und liegen lassen. Ja, ja, ich schicke eine Nachricht zu Kaspercik und Schulz rüber. Dann können die hinfahren. Nein, 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 Sie fahren bitte schön selber hin. Sie haben den kürzesten Weg. Ich sag gleich um die Ecke. Ja, gut, gut, ich mache es. Gut. Haftentschädigung für Harry. Hörspiel von Key. Das ist ja scheiß Abwaschleben. Jeden nicht. Jeden Zweiten. Ja, und du sitzt dabei und liest die Zeit auf. Wenn du die Sachen nicht abgetrocknet hast, kann ich sie nicht wegräumen. Abtrocknen, ja, abtrocknen auch noch. Dann kaufe ich uns doch endlich eine Geschirrspülmaschine. Geschirrspülmaschine? Wovon denn? Soll ich vielleicht eine Bank ausrauben? Meine Kollegen. Aber bitte nicht den, den ich mal gearbeitet habe. Waren so nette Kollegen. Mann! Ich werde noch wahnsinnig. Seit wir dieses Haus schreien. Schei nicht so, die Kinder werden wach. Kinder, die Kinder, immer nur die Kinder. Besser, die werden jetzt wach, als wenn sie wieder nachts um drei wach werden. Keine Nacht kann man mehr durchschlafen. Und morgen wieder überstunden machen. Dann machst du mal eben keine. Ja. Und wie soll man dann die Zinsen hier bezahlen? Kannst du mir das mal verraten? Ja? Oh, was denn das für eine Irre an? Ja, nun geh doch mal! Ja. Komm ja schon. Wer ist denn da? Ich bin Sarika Spercik. Was willst du denn hier? Diese Zeit. Sie müssen mir helfen, Herr Kahn. Schnell, die Polizei ist hinter mir an. Da geht's doch dann steil bergab mit mir, Mensch. Das hängt mir doch ewig an. Tut mir leid, Harry, aber... Das sind sie schon. Kann ich über die Terrasse gehen? Ja, so! Du willst hier bleiben. Das ist doch so wirklich besser so. Können Sie nicht los? Schein! Kahn, komm doch mal runter. Lass mal die Polizei rein. Sie, schau, gehen Sie. Die pullen werden mich nicht nochmal ein. Mensch, das Kind, Harry, sei doch vernünftig. Ja, die pullen. Die pullen da oben an. Na, da kommen wir ja gerade im richtigen Augenblick. Wir haben sie ihn. Bevor er mit mir fertig werden will, muss er aber noch ein bisschen wachsen, ne? Peter, wirfst mir mal eine neue Seilklemme runter. Kaspercik, aufhören! Soll ich meinen Sohn wieder im Knast das ganze Peter Kaspercik vergessen? Quatsch. Kann ja jeder mal einen schlechten Tag haben. Ich habe aber keine Lust, wieder hochzuklettern. Nur war der Schiff. Ja, du hast es gerade nötig. Die Wiedereinschaltsperre hast du immer noch nicht angesehen. Da war auch irgendwas nicht in Ordnung, oder? Ja, ich denke, wir sehen jetzt mal nach, warum der Geschwindigkeitsbegrenze nicht funktioniert hat. Ja, ja. Rudi, Schulz und Denk. Ja, 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 ha, ha, ha. Ah, Mann, nun spiel dich doch bloß nicht wieder auf hier als der große Chef. Ja, wer schmeißt denn hier den Laden, ne? Was haben wir ja vorhin gesehen, bei der Probefahrt, wie du den Geschwindigkeitsbegrenzer eingestellt hattest. Nur der freie Fall ist schöner. Ich habe mich schon auf dem Friedhof gesehen. Du siehst dich ja nur noch auf dem Friedhof. Vergammt nochmal, er hat denn jetzt schon wieder meinen Schraubenschlüssel. Kaspercik hat ihn vorhin mit aufgenommen. In den Trieb verkaufen. Peter, seid die Klemmer und Schraubenschlüssel, aber naligalli. Wunder, du bist die Fenster alleine. Ich quäle dich hier mit dem Tür ist toll rum, weil die Stadtverzögerung zeigt nicht schlimm und ihr seid so gekriegt, weil wir so ein Schachzug lindern. Meine Fresse, ist das wieder eine Stimmung heute. Und seit ich Fahrstühle montiere, wird es jedes Mal schlimmer. Bis man jagt sich eine Kugel durch den Kopf. Es ist doch ein derart beschissenes Betriebsdimmer hier. Mann, heu doch nicht gleich wieder. Nimm einen Schluck aus dem Flachmann und guck gleich mal nach, ob die Gegengewichtsaufhängung vorhin auch was abbekommen hat. Und die Wiedereinschaltsperre nicht vergessen. Ihr sollt bald mal nach oben kommen, Paolo. Der Chef-Lewer will uns besprechen. Auf der Sonntag, so wundertfällt ich heute. Was soll ich machen? Die Lage ist ernst und meine Auftragsbücher sind leer. Und diese Sache da in Köln? Ach, den Auftrag, den kriegen wir auf gar keinen Fall. Und warum? Weil die Konkur... Scheißabwasch, jemand. Jeden nicht, den Zweiten. Ja, und du sitzt dabei und liest die Zeit ab. Wenn du die Sachen nicht abgetrocknet hast, kann ich sie nicht wegräumen. Abtrocknen, ja, abtrocknen auch noch. Dann kaufe ich uns doch endlich eine Geschirrspülmaschine. Geschirrspülmaschine, wovon denn? Soll ich vielleicht eine Bank ausrauben? Meine Kollegen, aber bitte nicht den, den ich mal gearbeitet habe. Waren so nette Kollegen. Mann! Ich werde noch wahnsinnig! Seit wir dieses... Oh, schrei nicht so, die Kinder werden wach! Kinder, die Kinder, immer nur die Kinder. Besser, die werden jetzt wach, als wenn sie wieder nachts um drei wach werden. Keine Nacht kann man mehr durchschlafen. Und morgen wieder Überstumpen machen. Dann machst du mal eben keine. Ja. Und wie soll man dann die Zinsen hier bezahlen? Kannst du mir das mal verraten? Ja? Ach, was denn das für eine Irre? Ja, nun geh doch mal! Ja. Komm ja schon! Wer ist denn da? Ich bin Sarika Spercik. Was willst du denn hier, diese Zeit? Sie müssen mir helfen, Herr Körn. Schnell, die Polizei ist hinter mir hier. Die Polizei? Was denn nun schon wieder? Hast du ja vor einen umgelegt? Nein, aber ich brauche ein Alibi von Ihnen. Kann ich nicht mal schnell reinkommen? Reinkommen? Jetzt? Ja, jetzt werden Sie bei uns zu Hause nach mir suchen. Dann hier. Ich muss das doch vorher mit Ihnen besprochen haben. Sie haben doch Vater versprochen, dass ich Sie jederzeit... Ja, meinetwegen. Meinetwegen. Komm rein, aber nur ein paar Minuten. Was ist denn, wie ist das gemacht worden? Das ist vielleicht eine Frage. Nein, nein, ich schlafe nicht. Nein, ich schlafe nicht. Jetzt schlafen die wieder nicht. Ja, ich komme. Tut mir leid, aber... Gut. Wenn Sie mir nicht helfen, dann... Ja, dann komm hier in die Küche. Jetzt sind wir von mir aufgeweilt. Na, setz dich! Okay. Brauchen Sie auch eine? Ja, aber... Wollen wir mal nacheignen. Na, was ist denn noch? Wir sind wieder hinter mir her. Mein Kumpel hat eben angerufen. So, und warum diesmal? Ach, wegen nichts. Wegen nichts wärst du ja nicht hier. Also, was ist noch? Na, nur weil ich mir gestern Abend ein Auto ausgebaut habe. Ach so. Autodiebstahl, hm? Dasselbe wie vorher jetzt, ja? Nein, ich hätte es ja garantiert wieder dahingestellt, wo ich es hier hatte. Aber ich musste noch ganz dringend in die Stadt und mein Moped ist noch kaputt. Ja, dein Vater hat doch auch ein Auto, oder? Ja, aber nur noch den Firmenwagen und da darf doch kein Fremder mehr mitfahren. Habt ihr doch auch unterschreiben müssen. Ja, weil der Chef im Augenblick einen unheimlich harten Kurs steuert. Ich hab schon hinterm Lenkrad gesessen, da hat Vater mich wieder rausgerissen. Die Angst, dass Sie ihn rausschmeißen, wenn's einer von der Firma merkt. Und mit dem Bus war dir wohl nicht...